Und da sind wir wieder, hier ist der 524. Nachtzug nach Hamburg mit Reiko Schmidt und ich freue mich, dass ich so unverhoffterweise um diese Uhrzeit hier schon wieder in Hamburg sein kann, denn ich war ja heute in Thüringen mit der Luftfahrtgesellschaft Walter, im Übrigen mal wieder, und hatte Gelegenheit, mich ein bisschen mit dem Co-Piloten zu unterhalten. Denn ihr wisst ja, zumindest die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die die Folge damals gehört haben, als ich zum ersten Mal mit Walter geflogen bin, es gibt keine Stewardessen, sondern es steht ein Korb, so ein richtiger Marktkorb, hinten im Flugzeug drin, mit Flaschen drin, mit Thermoskannen, mit Kaffee drin und mit Brötchen. Und da kann man sich dann selbst bedienen, wenn man die Reiseflughöhe erreicht hat und die Anschnallzeichen erloschen sind. Und das gleiche betrifft natürlich auch den Pilot und den Co-Pilot. Die werden ja auch von keiner Stewardess bedient, die müssen sich also auch selbst bedienen. Also ist der Co-Pilot hinter, hat Kaffee geholt, für seinen Pilot natürlich auch, und fragt mich, ob ich vielleicht auch noch einen Kaffee haben möchte. Und dann hat er mir tatsächlich einen Kaffee eingeschenkt und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen, es fliegt ja dann eh nur einer, beziehungsweise der Autopilot, und das war echt ein nettes Pläuschchen in der Minimaschine. Es gab nur drei Fluggäste, muss ich noch dazu sagen, drei Fluggäste, die heute früh von Hamburg nach Erfurt wollten. Denn, noch dazu, da kommt natürlich der Pilot und der Co-Pilot, das heißt, wir waren fünf Personen in der Maschine. Ja, und dann sind wir in Erfurt gelandet. Ich hatte einen wunderschönen Tag. Bin heute auf einer super geilen Autobahn gefahren, A91. Ist scheinbar nagelneu. Auf jeden Fall grandios, grandiose Tunnel, man muss nur aufpassen, da wird an jeder Ecke geblitzt. Ich habe mal so eine kleine Hitparade aufgemacht. Das Bundesland, in dem mit Abstand am häufigsten geblitzt wird, ist Baden-Württemberg. Da wird immer geblitzt. Danach kommt aber auch schon Bayern und ich glaube an Platz drei kommt dann auch schon Thüringen. Oder habt ihr vielleicht andere Rangfolgen oder andere Erfahrungen gemacht, dann könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben oder einen Kommentar auf die Homepage machen. Freut mich nämlich immer. Alles beides. Auf jeden Fall, mein Termin, den ich heute hatte, der war für wesentlich länger angesetzt. Und ich dachte schon, oh Gott, dann darfst du schön mit dem ICE oder mit mehreren Zügen mit zweimal umsteigen, ist das ab Erfurt, nach Hamburg fahren und bist irgendwann mitten in der Nacht zu Hause. Und wie es der Zufall will, ging der Termin so rasend schnell, dass ich es noch geschafft habe, den Flug um 16.30 Uhr mit der Luftfahrtgesellschaft Falter wieder zurück nach Hamburg zu nehmen. War zwar knapp, aber ich habe es geschafft. Und unverhoffterweise bin ich deswegen jetzt schon in Hamburg und freue mich einfach, dass ich schon meinen Podcast machen kann um 20.42 Uhr. Das war es für heute. Danke schön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder Guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Raiko.